Top 5 Bluetooth-In-Ear-Produkte, die beste Klangqualität für unterwegs. Ich habe die Soundcore bei Anker Live P3 Bluetooth Kopfhörer getestet und bin mehr als zufrieden. Der Sound ist unglaublich klar und der Bass ist intensiv, ohne zu überwältigend zu sein. Die Geräuschunterdrückung ist ausgezeichnet und ich konnte mich voll auf meine Musik konzentrieren, ohne dass Störungen von außen zu hören waren. Auch die Möglichkeit des kabellosen Ladens ist großartig. Die App zum Aktivieren des Gaming-Modus oder des Schlafmodus funktioniert einwandfrei. Ich würde diese Kopfhörer jedem empfehlen, der auf der Suche nach einem erstklassigen Noise-Canceling-Kopfhörer ist. Ich habe die JBL Tune 230 NC-TWS in ihr Kopfhörer seit ein paar Wochen und bin sehr zufrieden damit. Sie sind sehr bequem und passen gut in meine Ohren. Die aktive Geräuschunterdrückung funktioniert sehr gut und blockiert die meisten Hintergrundgeräusche. Die Bluetooth-Verbindung ist stabil und die Akkulaufzeit ist erstaunlich, bis zu 40 Stunden, was für mich sehr praktisch ist. Das Ladecase ist auch sehr kompakt und lässt sich leicht transportieren. Ich kann diese Kopfhörer auf jeden Fall empfehlen. Ich muss sagen, dass die Jabra Elite 3 in ihr Bluetooth-Earbuds wirklich beeindruckend sind. Der Sound ist kristallklar und der Bass ist unglaublich kraftvoll. Die Geräuschisolierung ist auch fantastisch, da ich keine störenden Hintergrundgeräusche höre. Die vier integrierten Mikrofone machen Anrufe viel einfacher und die anpassbaren Klangeinstellungen sind eine nette Funktion. Ich schätze auch den Mono-Modus, da ich manchmal nur einen Ohrhörer tragen möchte. Das dunkelgraue Design ist sehr stilvoll und passt perfekt zu meiner Kleidung. Insgesamt würde ich diese Kopfhörer auf jeden Fall empfehlen. Ich bin sehr zufrieden mit den Bluetooth 5.3 Kopfhörern. Der kabellose In-Ear-Kopfhörer bietet einen Hi-Fi-Stereo-Klang und ein HD-Mikrofon für klare Anrufe. Die Noise-Canceling-Funktion ist großartig, um Umgebungsgeräusche zu reduzieren, und die Wasserdichtigkeit nach IP7-Standard ist perfekt für Outdoor-Aktivitäten. Mit einer LED-Anzeige kann ich den Batteriestatus prüfen. Ich bin beeindruckt von der 30-stündigen Akkulaufzeit. Es ist auch einfach, sie mit iOS und Android-Geräten zu verbinden. Empfehlenswert! Ich habe mir die Bluetooth-Kopfhörer von Kabellos gekauft und ich bin mehr als zufrieden mit meinem Kauf. Die Kopfhörer haben Dual-HD-Mikrofone, die den Sound noch besser machen. Der Premium-Sound der Kopfhörer ist wirklich beeindruckend und liefert ein Immersives-Klangerlebnis. Außerdem haben sie eine LED-Anzeige und sind IP7-wasserdicht, was ich beim Sport sehr schätze. Das USB-C-Schnellladen ist ein weiterer Pluspunkt. Ich kann diese Kopfhörer jedem empfehlen, der auf der Suche nach richtig guten, kabellosen In-Ear-Kopfhörern ist. Denken Sie daran, dass es weitere Informationen und Produktlinks in der Videobeschreibung gibt. Wir sehen uns im nächsten Video. Wir sehen uns im nächsten Video.